So, herzlich willkommen zurück zu Panzer, hier im Lademenü, mit dem Hut to the Baird. Geiler Name, ich finde den Namen immer noch großartig. Und wir, äh, Entschuldigung, sagt Hallo, los. Hallo. Hallo. Ich bin aber nicht Hut to the Baird. Nein, aber mein Hut to the Baird ist cool und ich habe hier auf ihn rumgezeigt und dann wollte ich gerade weiter erklären, und das ist mir eingefallen, stimmt, ich spiele ja gar nicht alleine. Hält ja aber früh auf am heutigen Tag. Ja, ja, ich bin echt ein bisschen, boah, ich muss gleich noch, ei, 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 ein bisschen was wuppen. Und es ist immer schon wieder relativ spät, teilsweise, und wir haben ja auch, Filzgeber und ich haben ja auch echt bis heute Morgen um halb fünf oder so. Ja, ne? Um halb fünf aufgenommen. Noch was anderes, aber das seht ihr alle schon noch. So, jetzt erstmal hier wieder bei Panzer zu. Ich mache jetzt mal, ich möchte es euch zeigen. Durch das Tutorial haben wir hier unten Tränke gekriegt und Erfahrungspunkte, deswegen ist man auch gleich schon zwei hochgekommen. Jetzt, äh, gehe ich mal auf Tränke. Und dann hat man hier halt, äh, die, die Sachen, ich zeige euch mal die ganzen Ressourcen. Ressourcen! Oh, ich habe ja noch fast gar nichts. Lass ihn schon. Aber ich kann, äh, zwei Heiltränke herstellen. Genau, man hat hier immer die Sachen, hier bei Ressourcen. So, da sieht man dann immer die, was man dann braucht. Die Steine hier, die grünen, die kann man eintauschen. Die sind auch immer noch, glaube ich, nur dazu da, um einzutauschen, oder? Müsst ihr mich korrigieren, wenn ich das falsch sage? Ist richtig. Ja, das war auch immer so. Und dann hast du hier halt die verschiedenen Sachen, die du dann, äh, noch zusammenbauen kannst zu später Balken oder Goldbahnen. Das kann man dann hier machen. Hier zum Beispiel Goldbahnen bauen oder da Farben. Brauchen wir jetzt aber noch nicht, weil wir eh gleich niedrige Rüstung bauen. Das machen wir auch gleich, aber erst mal baue ich jetzt kurz zwei Heiltränke. Dann sind wir nämlich wieder, so, hier zeigt er jetzt an, da, 20 Sekunden. Und dann haben wir wieder die 50 voll. Ich habe gerade zwei Heiltränke tatsächlich verbraucht. In der letzten Runde. In der letzten Aufnahme. Ich habe sechs. Na gut, okay. Das spricht für unseren Heiler. Wollte ich gerade sagen, das spricht ja nicht für den Heiler, ey. So ein Schrotter. Ja, aber wenn er sich auf die ganze Meute da konzentriert, ist es schwierig, auf jeden Einzelnen zu sagen. Ja. Aber ich habe sogar schon Lob gekriegt. Hihi. Lob, Lob. Lob, Lob. Hm. Kennst du Lob-Out? Doch. Ähm. Lob-Out? Ich bin ausgelobt jetzt hier. Ausgelobt jetzt. So, was stellen wir uns denn schönes her? Wir könnten jetzt zerlumpen Gürtel. Na toll, das ist voll der Lumpenbärd hier. Ich hätte ihn Lumpenbärd nennen sollen. Der hat hier Lumpenbärd. Ja, besser als die, was war das, Müffelscherpe von Flissviebel? Ja, ich habe sie gerade alles gesehen. Geil, dass jedes Mal, wenn Müffelscherpe kommt, mein Charakter sich unter den Armen riecht. Mein Traum. Was war das denn? Ich habe ein bisschen gelacht. Ein bisschen, ja. Ähm. Das ist kam komisch. Was ist komisch? Es klang komisch. Ja, total. Ich habe es auch nur ein bisschen abgehakt gehört. Das hat so, als wenn da ein Schwein gequiecht hätte oder so. Genau das. Ja. So, was ist geschehen. Das wüsste ich aber. So, was stellen wir uns denn jetzt genug gelabert hier? Was, äh... Nur wie? Müffelscherpe. Ah, nee, hat er nicht. Nein, Müffelscherpe. Zerlumpter Gürtel. Ne, ich will mal gucken, ob ich... Ah, Stufe 4. Hm, kommen wir nächste Stufe höher? Na komm, eine Sache stelle ich jetzt aber her. Was geht denn auf 4 nicht herzustellen? Alles andere, was auf 1 geht. Na toll. So ist es. Ja. Ähm. Ja, komm, wir machen die Müffelscherpe. Müffelscherpe, so ein Quatsch. Zerlumpter Gürtel. Ich will den Gürtel. Jetzt bringt mich voll durcheinander. Mal gucken, ob wir das immer pink kriegen. Wir können nämlich hier Sachen eintauschen. Dann können wir erstmal, wir brauchen 2 Rinde. Da haue ich mal die grünen Dinger für raus. Und dann fehlt uns hier vorne noch was. Wolle und Gold ist immer gewollt. Ha, ich habe gereimt, ja. Ich muss dir das sagen, braucht man immer. Und tausche ich andere Sachen ein. Brauchst du Silber und Gold? Weiß ne, Wolle. Ja. Ah, Wolle, ah geil. Schön, fand ich gut. Hei, 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 hei. So schön. Wolle ist ja auch sehr viel wert übrigens. Also es ist immer hoch im Umtauschen. Also wenn man das umtauschen will, muss man dafür sauviel hinblättern. Ja genau, deswegen habe ich auch gesagt, hebe ich die Wolle auf. So. So, dann haben wir hier die Sachen und müssen 5 Minuten warten. Aber das war halt nicht. Das legen wir denn danach an. Die Zeit läuft nämlich auch während des Matches und auch wenn man offline ist. Was ich richtig geil finde. Und was nachher, also am Ende hast du dann wirklich, warte, ich setze das hier mal runter. Bei so krassen hohen Sachen hier, wenn du so Großmeisterrüstung hast. Das steht dann hier dabei, wie lange es dauert. Ne. Ich bin zur Zeit bei meinem Hauptcharakter, bei meinem Zwerg, dabei eine 25er Schulter, also legendäre Schulter oder was herzustellen. Dauert laut Anzeige was um die 4 Tage durchgehen. Krass, ja. Und dann hast du das Problem, ich habe hier gerade diese Schultern, die glaube ich auch vergleichweise auf unsere Charaktere dann passen, sind bei mir schon 43 Goldbahnen, 30 Leder, 107 Kupferstäbe, 107 Balken, 48 Eisenstangen und 71 Kleber. Also, und Kleber baust du, das zeige ich euch mal kurz, dann seht ihr, was man da in Wirklichkeit nämlich für braucht. Kleber baut man zusammen aus, Wolle und gar nicht Faden, ich bin nicht bei Kleber, Depp. So, da, baust du aus den drei Sachen zusammen. Dann brauchst du noch Balken zum Beispiel, das brauchst du nur Holz, denn hier die ganzen Bahnen, also brauchst du unendlich viele Ressourcen. Deswegen haben wir auch gesagt, gehen wir auf Gold und nicht auf Erfahrungspunkte, weil hoch kommen wir ja trotzdem. Oh Mann. Hoch geht er immer. Sag's nicht. Ich geh halt gerade, ich war schon wieder. Ich glaube, sie haben auch eine Rolle in den Kolben geschwiegen. Ich hab auch einen Stab. Ja. Hier. Albert wartet, oder was? Ja, Albert hat noch mit seiner Kolben zu tun. Albert, Alter. Was ich immer noch gut finde, das kann man jetzt auch echt mal sagen, war die Idee, also nee, eigentlich nicht, das war nur so ein Witzding, sich bei irgendwelchen Spielen, Haar, was, was? Jetzt darf ich es nicht mal wollen. Herbert. Genau, Herbert. Wegen Haare und so. Herbert. Haha. Ich fand's geil. Ja, die Idee kam zu spät. Ja. Aber Albert ist auch gut. Die Ballenfestung ist auch gut, Mensch, das haben wir denn heute an Map-Auswahl. Gute Map-Dinger heute. Steht Flitzpiepe hier vorne? Mann, Mann, Mann. Flitzpiepe, bist du das? Nein. Nee, du bist da unten. Hallo, ach, da hinten. Hey, ich komme mal zu euch. Hey, also. Was ist das? Medik, okay, hier. Doktor, Doktor. Was sagt er denn bei mir? Hilf, helf, helf, anybody. Hier ist es. So, jetzt geht's gleich los, dann müssen wir wieder nach vorne stürmen. Juh, action, action. Schwingen die Keule, schwingen die Keule. Rimm in die Mitte und draufhauen. Steakon. Oh, Vorsicht, hinten Berserker. Tank, weiß ich. Ist immer noch da. Boah, zwei Heiler hier in die Mitte gerade. Das ist echt geil. Oh, und ein, 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 ein Yamana-Pulver. Geil. Cool. Oh. Und eine Eishexe, die gute Arbeit getan hat. Achtung, hier. Wer ist denn da? Alter Schwede, ey. Das läuft. Oder? Was sagt ihr? Weiß noch nicht. Ich warte noch. Wie? Jetzt habe ich zum Beispiel meine Kugel schon echt. Wo bist du denn? Sag doch was. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber ja. Schönes Ding. Hier vorne die Zwerge. Okay. Obwohl, nee, komm, wir sind in der Mitte. Pass auf, Berserker. Der geht jetzt auf uns. Und Assa. Ich muss rein. Ich muss rein. Okay. Der andere Heiler macht, muss ich sagen, Vorsicht Assa, macht es echt auch gut. Autsch, Autsch. Der andere Heiler ist bei dir, ne? Flips, Flips? Hier ist alles gut in der Mitte, oder? Ja, wir sind gut da. Okay. Geil. Du bist auch hochgeheilt schon, ne? Für mich ist alles gut. Ja, bin ich. Vielleicht die ganze Zeit rumwedelst. Er hätte ihn auch mal sein lassen. Obwohl, ich mache es einfach weiter. Wer weiß, was passiert. Ich stehe hier so hoch. Ja. Das stört nichts. Machst du guten Eindruck? Siehst super aus. Ja, mach einen guten Eindruck. Das kann ich. Da kommt ein Heiler. Ach, ne. Der ist Heiler. Berserker. Ja. Runtergeflogen. Geiler. 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 Bei euch alles gut, oder? Ja. Assa? Unser Assa ist auch echt. Kann man machen, ey. Er ist fit dabei. Ja, ne? Ja, wir haben das Spiel jetzt auch echt schon ein paar Mal gespielt. Ja, auch schon so mit unseren Großen da ordentlich Sachen gemacht. Also da geht schon was. Die Heiler da unten sind ein absoluter Schmarrn. Also die Heiler die ganze Zeit durch den einen tankt, der noch nicht mal hier hoch geht. Ja. Also die machen da nur Mist. Oh, wir müssen zu meinem Zwerg. Der wird gerade angegriffen. Fuck. Da hinten. Wo ist der denn? Mein Gott, war der gerade berupt. Der Gegner. Assa, hinter dir? Ich verstehe das auch nicht. Krass, oder? Ich verstehe das nicht. Aber es ist gut. Was macht der Typ da, ey? Da kommt ein Ork. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie wieder. Da hinten ist eine Feuerhexe. Oh, ein Zwerg. Links. Ja, ich komm. Habe ich mir sofort. Ah, Assa schon da. Er ist echt gut dabei, ey. Oh, Assa von hinten. Assa von hinten. Boah, das war knapp. Oh, unser Highlight hat mir gerade den Arsch wieder gelegt. Ich musste gerade mal Schwenkpass entfernen, sonst wären die bei uns in der Mittellin gewesen. Was hast du entfernt? Da kam ein Zwerg und ein Pass, den musste ich kaputt machen und ein paar Leute mitnehmen. Ah, okay. Der war nämlich kurz vor der Mitte, das wäre nicht gut ausgegangen. Die Leute flüchten sogar hier wieder raus, weil es kein Stich gibt. Also, das habe ich ja nie gemacht. Ich habe ja da drauf, bis du... Äh, wer ist ja kaputt drin? Assa auch? Oh, ich komme nicht weg. Oh, fuck. Oh, ich komme nicht weg. Oh, fuck, ey. Oh, warum fasst du das? Ja, Flitzkippe hat es gesagt, aber... Hab es nicht gehört. Ach, scheiße. Macht aber nichts, steht immer noch in der Mitte. Ja, Flitzkippe steht noch, Heiler steht noch. Da tut mir nichts. Da kommen jetzt noch ein paar rein. Ja, ähm, ich komme in einer Minute. Äh, einer Sekunde, bitte. Tito. Ja, vor mir, richtig. Da kommt das nächste Pass. Oh, ja. Raus aus der Mitte. Raus aus der Mitte. Hier ist ein Assa... Oh, Alter. Wieder rein in die Mitte, fass es weg. Da kommt wieder ein Pass. Fuck it! Oh, scheiße. Den aber noch. Ja. Mist, jetzt bin ich das erste Mal gestorben. Oh, echt? Krass. Ich bin jetzt das zweite Mal gestorben. Ja, das haben wir doch. Oh, jetzt haben wir es geschafft und ich bin tot. Oh, da ist noch ein Assa. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Schönes Ding. Da war ein Heiler bei uns noch hier drin gewesen. Aber der habe ich weggemacht. Top, oder? Alter, Schwede, Leute. Zu null, Alter. Alter. Ich habe das sogar nie zu null gewonnen. Noch nie. Oh, wir sind so schlecht. Krass. Warum? Weil wir dann wirklich Punkte gemacht haben. Die anderen haben ja dafür gesorgt, dass es geschützt wird. So sollte es doch sein. Das läuft. Ja. Aber schau mal, wie viel bei den Gegnern noch mal rausgegangen sind. Die letzten drei, die werden ja gerade erst irgendwie dazu gestoßen sein. Und nach vier noch. Also es war schon stark unterbesetzt. Auch gemein und wie. Okay. Wobei man hier ja sogar bestraft wird, wenn man rausgeht. Da kriegt man nämlich für das nächste Match nur noch 50% der Erfahrung und des Gutes. Das stimmt. Das ist auch manchmal da. Ich hatte da mit meinem alten Laptop echt ein paar Mal ein Problem, dass der mich dann aus dem Spiel oder weiß ich was. Der Akku hat irgendwie oder irgendeine Verbindung war nicht da. Dass der dann mich rausgekickt hat und ich dann halt das wieder gestartet habe. Und dann halt, ja geil, 50% weniger. Und dann sitzt du da und denkst, äh. Das ist auch voll nervig für die Leute, in dem Moment rauszugehen. Ach, hab ich mich geärgert schon. So, jetzt haben wir hier auch unser Schmiededing fertig. Das können wir mal schön anlegen. So, das ist Unterrüstung. Ach, hier haben wir sogar schon ein paar Steine. So, und. Bam. Man sieht überhaupt gar keine Veränderungen. Wie episch. Und es ist sehr schade, dass nur du dich Level 4 gewonnen hast. Ja, ne? Seid ihr Level 4, Glückwunsch. Ja, danke. Und jetzt zeige ich auch gleich nochmal, wie ich das mit dem Verbessern meinte vorhin. Das ist dann hier, kann man draufdrücken. Oh, geil, gleich. So Hälfte gelb. Sehr gut. Und dann läuft hier unten, oh, das geht so schnell, das ist ein Traum. Aber ich stecke hier einfach. Wird natürlich... Entschuldige. Erzähl, ich hab, äh, bin... Ähm, wird dann natürlich auch, ähm, länger mit der Zeit. Also je höher deine Sachen sind, umso länger dauert natürlich auch die Zeit der Verbesserung. Und je höher das schon verbessert ist, umso länger dauert es dann nochmal. Jetzt anfangs bei Level 1 Gegenständen irgendwie 7 bis 10 Sekunden oder was. Später hast du dann auch mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde oder... Zum Beispiel waren es vorhin 4 Sekunden, jetzt sind es 5 Sekunden. Da geht es erstmal so stufenweise, aber... Ja, und so eine Sekunde, ne, die dauert schon. Ja. Vor allem, wenn es so viele Sekunden hintereinander werden. Wahnsinn. Ja, denn, ähm... Wir müssen auch mal, wenn wir Zeit haben, mal Abend spielen. Dann gibt es nämlich da oben... Warte, das kommt jetzt gleich, jetzt ist da tatsächlich was anderes. 30% Bonus und dann kann man halt nochmal... Dann kriegt man 30% Extra-Erfahrung. Das ist natürlich richtig geil. Also, dass das jetzt gerade praktisch läuft. Jetzt da oben... Läuft das schon? Ach ja, klar. Geil. Ich glaube... Müssen wir mal später spielen, weißt du. Ja, klar. Hm. Genau, aber das wird jetzt auch die letzte Folge sein in der Aufnahmesession, die wir jetzt gemacht haben. Was eine richtig gute war. Vielen Dank für euch beiden. Das war richtig cool. Hat echt Spaß gemacht. Dann machen wir bitte, bitte... Danke auch. Ja, Rechnung kommt. Ja, gut. Alles klar. Dann sage ich mal hiermit Tschüss und hoffe, dass der Heiler jetzt noch einmal unter die Arme riecht. Damit ich mit dem Bild rausgehen kann. Aber das wird er natürlich jetzt nicht machen. Ne, ne, ne. Natürlich nicht. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bööö.